Willkommen zu einer weiteren Folge GoGoTown. Ich bin hier beim Wahrsager und ich kann euch schon mal vorhersagen, ich habe keine Ahnung was in dieser Folge passiert. Ich möchte ein bisschen umdekorieren, da bin ich jetzt auch schon bei. Ich habe zumindest angefangen damit die ganzen Geschäfte erstmal hier hinzustellen, dass wir hier in der Mitte Platz bekommen. Hier möchte ich ja diesen Fluss haben und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den drei Felder breit mache, das heißt die Reihe wird noch runtergezogen. Und dann müssen wir mal gucken, wie es wird. Ich werde das auch ein bisschen breiter gestalten, denn hier an der Seite kann ich auch noch, also bis hierhin darf ich bauen, das heißt die Straße rückt dann hier weiter hin. Wir haben mehr Platz für den Platz, ja aber wie es genau wird weiß ich nicht. Was ich auch nicht weiß, wie das mit dem Import-Export funktioniert, gerade den Export. Ich kann ja hier exportieren und dann kann ich verschiedene Aufträge annehmen, zum Beispiel Herbst & Spice, Kakao, Mais, die muss ich liefern. Aber der Kurier macht das nicht. Muss ich das immer selber machen? Das wäre natürlich doof. Aber ich glaube es sieht so aus. Wenn ich die Quest jetzt annehme, fängt der nicht an, oder fängt die nicht an, irgendwelche Sachen zu liefern. Das ist ein bisschen ungünstig. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob ich das selbst machen muss oder ob die das dann doch irgendwie erledigen. Okay, ja ich würde sagen, ich muss noch ein bisschen umbauen oder umstellen. Kann ich das da einstellen? Ja, das geht, okay. Einfach erstmal alles wegstellen. Und später wieder hinstellen. Ah ja, das wird spannend. So. Zwei Büsche weg. Und dann könnte man da schon mal... Wasser durchziehen. Genau. Das soll dann so werden. Ich mach das jetzt erstmal hier komplett. Ich weiß nicht, ob... Also eine Straße muss glaube ich später da durch, weil... Sonst müssen die Kuriere immer außen rum fahren. Ich werd mir das mal angucken. So, hier ist nachher das Wohngebiet. Aber das muss so groß nicht werden. Glaube ich. Kann man eigentlich hier ein bisschen ins Wasser rein? Oh, das ist natürlich richtig cool. Pass mal auf. Ich kann das auch so machen. Dann ziehen wir das mal durch. Und dann geht das hier rein. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, was jetzt auch gleich mal geändert werden muss... Das ist einmal der Zebrastreifen. Der muss da hin. Hier muss Straße hin. So, dann kommen die hier runter. Wobei, nee, das muss noch einem weiter, weil die laufen nur vorm Baum. Das ist nicht gut. Warte mal. Moment. Bapp, bapp. Ja, dann müssen die halt immer hier hin. Das muss ich noch wegstellen. Und genauso wird das hier. Ich seh hier gar nichts. So. Genau. Dann gehen die hier runter. Wunderbar. Okay. Dann brauche ich jetzt... Wo ist denn das bei? Ah, hier. Ja, es muss... Ja, genau das nicht. Genau das wollte ich vermeiden. So, alles erstmal schön. Fläche. Zum Glück kostet das ja nichts. Also ich mache das erstmal alles voll. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Auf jeden Fall wird die Straße hier außen verlaufen. So weit es geht. Ähm, genau. Bam, bam, bam. Das machen wir auch erstmal weg. Kann sein, dass es später wieder Straße wird. Das ist noch nicht final. So, okay. Und die Straße kommt auch weg. Einfach damit wir viel mehr Fläche haben. Und das hier wird eine Straße. So. Ah, dann fahren die hier außen rum. Das ist viel besser. Oh, das muss noch weg. Der Baumstumpf muss weg. Der Baumstumpf muss weg. Ja, das geht natürlich nicht. Da ist die Mülle drauf. Okay, dann muss ich noch gucken, wie weit das runter geht. Wann der rumfährt. Und die ganzen Häuser werden auch umziehen. Vielleicht mache ich da hier sogar so eine Promenade lang. So eine, so eine, naja, Strandpromenade kann es nicht sagen. Aber, was ist denn, wenn ihr jetzt... Na gut, dann wird das natürlich auf der ganzen Breite... ...da runterlaufen. Das wäre schon ein sehr breiter Wasserfall. Muss ich mal gucken. Und dann vielleicht hier eine Straße. Dann die Häuser hier so lang. Na, die ganzen Leute, die hier wohnen. Das ist vielleicht ganz, ganz nett. Oh, mein Skateboard steht da noch. Okay, weiter geht's. Also, ich glaube, diese Folge werden wir damit auf jeden Fall nicht fertig. Das hätte ich schon, ähm, schon ein Projekt. Okay. Denn... Kommt hier auch Straße hin. Ja, erstmal bis hier runter. Hier auch. Na gut, hier steht alles im Weg. Ach ja, es wird, es wird, es wird spannend. Es wird wirklich spannend. Und es wird schon Nacht. Jetzt habe ich natürlich auch nicht geöffnet. Ist ja klar, weil die ganzen Gäste... ...müssten eher dauernd mal irgendwo anders hinlaufen, weil ich die Geschäfte rumstelle. Wenn ich jetzt natürlich aber anfange, irgendwelche Sachen aufzustellen... ...aber da muss ich mal Platz machen... ...dann, ähm... ...wärts natürlich mit dem Geld vielleicht knapp. Das heißt, ich kann vielleicht doch dann zwischendurch hier erstmal wieder öffnen. Ich muss mal gucken. Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Und... Zack. Juhu, Holz. Schön. Ähm... ...dann führen wir das einmal runter. Genau. Räumen wir die Straße. Hier ist schon. Was habe ich da jetzt in der Hand? Achso. Das soll da hin. Okay, hier ist schon... Ja, erstmal bis da. Müssen wir mal gucken. Okay. Ja, das soll wieder Wasser werden. So. Ähm... Jetzt könnte ich es so machen. Mal so ein paar Bäume nehmen. So, ich mag ja die sehr gerne. Was habe ich dazwischen? Ich glaube mal 1, 2, 3 Platz. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3. Dann kommt er hier hin. Ne, warte mal. Das sind jetzt... 1, 2... Doch, das sind 3, ja. Ja, bis hier ist mal so... Schön. Jetzt sind die Bäume nämlich auch alle. Und jetzt müsste ich... Äh... Mal ein paar Bänke mir schnappen. Ja, da könnten die schon aus Wasser gucken. Das wäre doch gar nicht schlecht. So. Und dann... Ähm... Laternen. Ah, ist vielleicht ein bisschen viel. Nämlich alles voll... Klatsche. Hmm... Und wenn man nur... An den Plätzen... Ja, warte mal. Dann nehmen wir das mal mit. Vielleicht so. Vielleicht so. Und dann immer mal so sporadisch. In der Bank immer mal in verschiedenen... Oder in ungleichmäßigen Abständen. Sonst wirkt das Ganze auch zu symmetrisch. Wobei... Naja, so eine Stadt würde ja sehr symmetrisch geplant werden, ne. Da wird nichts dem Zufall überlassen. So, äh... Du musst da hin, ja. Ne, du musst da nicht hin. Doch, du musst da hin. Warte mal. Sicher hältst du. Die kann man ja auch drehen. Ach, ey. Okay, die sind alle unten. Ja, das passt jetzt. Okay. Dann nehmen wir die auch erstmal weg. Ich denke mal, Laternen... Werde ich gar nicht so viel haben. Ja, genau null. Da muss ich mal welche von holen. Haben wir noch welche? Nö, natürlich nicht. Na gut. Ist halt wie es ist. Ähm... Achso, warte mal. Ich muss noch etwas ändern. Und zwar unter den Bäumen. Ja, da müsste hier schon Gras, ne. Das lockert das Ganze so ein bisschen auf, finde ich. Na gut, die gehen noch ein bisschen weiter runter dann. Na gut, da hinten sieht ein bisschen blöd aus. Aber ist okay. Ich finde, das ist okay. Kann man machen. Achso, dann haben die schöne... So eine schöne Promenade. Da könnten wir natürlich auch... Mal da andere Wege machen. Na, kann man machen. Der steht im Weg. Moment mal. Du? Stehst im Weg. Das kann ich dir voraussagen. Okay. Ähm... Na, das steht auch im Weg. Moment. Dann stellen wir den erstmal rüber. Der arme Kerl. Der muss immer da hinlaufen. Na gut, gehe ich halt da hin. Na gut. Wenn der Chef das sagt, dann machen wir das. Okay. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Was ich so ein bisschen schade finde, was aber eigentlich verständlich ist. Du kannst die Läden halt nicht drehen, ne? Die müssen immer nach vorne gucken. Also du kannst jetzt nicht so seitlich, ähm... Stellen oder ganz rumdrehen, dass man Geschäft an Geschäft stellt. Bisschen schade, aber... Gut, ist klar. Das ist natürlich die Optik geschuldet. Die werden wegkommen. Also diese ganzen, ich sag mal, Arbeitsgeschichten, die werde ich irgendwo hier hinten hinpacken. Auch die Mülle und das alles. Sodass die Gäste das gar nicht sehen. Ja, das wird alles hier hinten. Der Servicebereich, sag ich mal so. Und die müssen dann halt von hier da hinfahren. Das ist die Idee dahinter. Oh, okay. Jetzt ist die Frage, wie fange ich mit den Geschäften an? Hier müssen wir was ändern. Genau, die fahren da durch. Und... Ja, das wäre natürlich auch sehr schick gewesen hier, ne? Hm. Ich mach mal eine Seite so, eine Seite so und dann kann ich mir das überlegen, was ich hübscher finde. Das lässt sich ja jederzeit ändern. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Das hier oder das hier. Hat beides irgendwie seine... Seine Daseinsberechtigung. Okay, ähm... Ich wollte jetzt aber ganz gerne... Genau, da hin. Na, das soll erstmal alles dieser Platz werden. Dass wir richtig viel... Platz haben zum... Geschäfte hinstellen. Okay. Was auch noch sein kann, dass unter den Geschäften natürlich... Irgendwatt ist. Das werden wir dann erst... Hallo, nimm mal mit. Erst sehen wir, wenn wir die Dinger mal umstellen. Ne, warte mal. Straße. Ich brauch ne Straße. So. Na, die fahren da schön einmal rum. Wie gesagt, die Sachen müssen woanders hin. Da könnte ich mir erstmal hier oben... Ähm... Einfach ne Fläche schaffen. Die ganzen Flüsse und so, das kommt weg. Oh, hier kein Mensch. Erstmal... Erstmal nur, damit ich es hinstellen kann. So. Details. Ey, warte mal. Die Mülle soll da hin. Erwartungsbüro soll da hin. Oh, das geht noch ein Stück weiter, ne? Ja. Der Müllverwerter kann hier hin. Das braucht er nicht hin. Ja, du musst da hingehen. Aber vielleicht ist gar kein Platz... Gar kein Weg da hin. Was ist das hier? Die Blasenpistole. Na gut, die würde ich jetzt nicht unbedingt da oben hinstellen. Die würde ich schon hier irgendwo auf den Weg stellen. Das ist der Weg nicht so weit. Ah, nee, warte. Das ist eine Wohnung. Aber das Kuriergebäude kann weg. Das braucht aber auf jeden Fall Zugang zur... Ja. Ja, ja, ja. Das braucht Zugang zum... Das wollte ich jetzt gar nicht. So. Gehen wir hier mal lang. Herrlich. Herrlich. So. Äh, hier liegt eine Kartoffel. Warum auch immer. Dann... Weiterbauen. Straße. Dann müsste ich hier erstmal eine Straße lang. Wie gesagt, das, was ich jetzt hier mache, ist noch gar nicht final. Das ist... Ach man, das muss ich noch wegmachen. Äh. Das ist einfach erstmal nur, damit es weggestellt ist. Ah, damit wir Platz haben. Ah, finde ich einen Baum. Ein Kürbisstapel. Okay. Stellen wir im Oktober auf. Ähm. Gut, weiter geht's. Halt. Ähm. Und das muss weg. Das triggert mich so ein bisschen. Schön. So. Erstmal so. Erstmal kommt das so. Gut. Dann kann ich das Gebäude jetzt auch holen. Wir haben den sehr, sehr langen Weg. So. Das kommt da auch hin. Export. Ja, da muss ich mal gucken halt, ne. Warum? Ja, das ist ein bisschen schade, wenn ich das selber machen müsste. Aber gut. Aber da hat man überhaupt mal was zu tun. Ansonsten wird ja hier alles automatisiert. Okay. Was ist das hier eigentlich? Achso, da liegen so ein paar Sachen rum. Gut. Dann. Dann, 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 dann. Das ist das. Also, die Sachen muss ich mal wegmachen. Die liegen jetzt hier rum. Ähm. Ja, das ist halt noch nicht Fakt. Wie weit geht das hier nachher? Also, wie gesagt, die Häuser, diese Häuser, die Wohnhäuser, werden ja hier so schön in der Reihe. Bisschen Platz zwischen. Dann kommt eine Straße da lang. Dann kriegen die auch Beleuchtung und so weiter und so fort. Na, da wohnen die dann alle schön hier am Wasser. Besser geht doch gar nicht. Sonst müsste ich mal langsam überlegen, dass ich die... Huch, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Dass ich die Gebäude jetzt langsam mal nünftig hinstelle. So, im Grunde ist es ja egal, wie ich es mache. Ja, siehst du, da ist nämlich noch was. Das wird noch öfter vorkommen jetzt. So, und dann, ähm... Was haben wir denn? Dann haben wir einen Frittenladen. Dann machen wir da den Friseur, weil... Der Ding stört. Ja, warte mal. Dann kommt hier Müll einmal hin. Das ist gar nicht schlecht, ja. Da musst du ja mal so ein bisschen... Nicht direkt da ran. Du musst natürlich schon ein bisschen Platz lassen, dass du was siehst, ne? Wie sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier Felder. Ja, die musst du schon haben. So, dann haben wir da schon die Frittenbude. Dann nehmen wir uns noch den Wahrsager hier rüber. Oder ganz ran. Ah, ich bin mir so nicht ganz schlüssig. So, der könnte rüber. Das ist... Äh, was ist das für eine Bude? Ach so, so ein... So ein Dekoladen, glaube ich, ne? Ja, genau. Der macht so... Merchandise. So, hier... Muss eine Straße durch. Hab ich gerade gesehen. Okay. Das ist jetzt... Genau. Noch was entdeckt. Ähm... So, die Mülleimer hier. Das ist ganz cool. Ich hoffe, das wird auch gut angenommen. Sollte man dann in regelmäßigen Abständen hinstellen. So, das ist... Ähm... Bam, bam, bam. Genau. Das ist so ein Snackladen. Ja, gut. Da haben wir ziemlich viel. Ist halt hier Fressmeile. Eins, zwei... Wollen wir mal vier Stück? Ja. Bam. Da hat doch jeder mal ein Auto hingestellt. Das müsste wieder Bäume geben. Okay, ist Zufall. Gibt's nicht immer. Hm, hm, hm. Und dann könnten wir ihn gleich schon wieder Gäste kommen lassen. Ah, nee. Mit dem Ding kommst du jetzt nicht weg. Äh. Ah, warte mal. Hoffentlich kann ich es umstellen. Ja, sonst mach ich hier eine Straße hin. Kann man die umstellen? Nee. Mann. Moment. Dann muss ich hier immer noch mal kurz Straße hin machen. Ja, dann müssen wir mit dem jetzt wegkommen können. Okay. Hm. Weiß nicht so recht, wohin mit dem Ding. Erstmal da hin. Hauptsache steht nicht blöd rum. Gut. Gut. Dit hätten wir erst mal. Dit machst du mal weg. Yes. Ach, achso. Es muss irgendwie Oktober grad sein. Es gibt, es gibt, äh, Kürbisse. Okay. Und dann machst du es hier da dicht. Zack, zack, zack. Der Mülleimer. Erstmal da hin. Na ja, so kriegt das Ganze langsam Struktur. Gut. Hier brauche ich auch Mülleimer. Ich muss das hier mal so ein bisschen umstellen, wenn die ankommen. Der hat die Verkaufsautomat. Hm. Ein Verkaufsautomat. Ja, den muss ich schon. Entweder steh ich ihn jetzt hier hier noch irgendwo mit hin. Ne, der kann schon hier bleiben, finde ich. Lassen wir ihn mal da. Das Ding könnte weg. Weil das ist ja eigentlich nur für mich. Stellen wir erst mal da hin. So, das wird alles noch neu organisiert. Das ist noch gar nicht Fakt. Okay, die Bäume. Das ist erstmal noch alles gar nicht. Das Wasser. Der Wasserspenderdingens. Erstmal da hin. Das Auto muss er her weg. Die Uhr. Die brauchen wir schon. Aber auch erstmal an der Seite. So. Habe ich hier noch einen Mülleimer. Wir packen mal da hin. Das kann erstmal weg. Die Blasenpistole. Das wäre schon gut, wenn sie irgendwo steht. Ich mach es erstmal hier hin. Damit die zum Saubermachen das noch benutzen können. So. Haben wir noch irgendeinen Laden? Ne. Die haben wir noch nicht richtig hingestellt. Ne. Die Geschäfte stehen alle richtig. Ticketport. Der muss hier auch nicht sein. Das hat für die Gäste gar keine Bewandte. Das ist nur für mich. So. Auch erstmal hier hin. So. Die könnten jetzt fahren. Die könnten hier einmal lang. Die könnten hier rum. Hier können sie noch nicht rum. Da muss ich ja mal gucken, wie ich das mache. So. Ansonsten gefällt mir das schon ganz gut. Ja. Vielleicht gehe ich auch nochmal irgendwann mit dem Wasser hier lang. Das muss ich mal gucken. Aber es hatte schon mal so eine Grundstruktur, das Ganze. Und ich denke, ich lasse jetzt auch wieder Gäste kommen. Ja. Machen wir die Bude mal wieder auf. Sind hier überall die Blätter, ne? Da muss ich mal alles weg machen. Weil dann gibt es lecker... Oh, ein Herbstbaum. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das nehmen wir alles mit. Und noch so ein Kürbisding. Ja, okay. Da könnte man jetzt dekorieren. Könnte man die jetzt mal umdekorieren. Mach ich jetzt nicht. Ja, nachdem was gerade ist. Äh, öffnen. So. Verwalten kannst du da auch? Was kann man dann verwalten? Achso, die Farbe. Okay. Äh, ja. Na gut, machen wir es mal. Machen wir. Ne, das sieht doof aus. Kann man nicht eigentlich nichts zufällig machen? Was ist das denn hier? Okay. Wie viele Leute kommen? Ich hoffe, es kommen jetzt bald wieder Leute. Ich brauche Gäste. Okay. Oh, der hat sogar, der hat sogar Blätter hier im Laden. Weg damit. So. Sehr gut. Ja, bin ich mal gespannt, wie das von den Gästen angenommen wird. Ich glaube, ich muss auch mal hier zwischen, weil damit die auch hier zwischen lang gehen können, ne? Also, ein Weg wird da kommen müssen. Aber sonst müssen die jedes Mal, wenn die, wenn die, ähm, hier sind und die rüber wollen, dann müssen die immer da rum. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Äh, dann machen wir zumindest erstmal. Hier ist eine Brücke. Ja. Gucken wir dann rüber. Da steht der Müll immer ein bisschen weg. Warte mal. So. Dann hätten die hier die Möglichkeit, ungefähr auf der Hälfte, einmal rüber zu kommen. Der Zug kommt. Herrlich. Endlich. Endlich wieder ein Zug. Endlich wieder Geld verdienen. Juhu. So, das Auto muss mal weg hier. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, es wird gut angenommen. Genau. Die verteilen sich jetzt hier so ein bisschen da und da hin. Der geht erstmal, äh, hat die ganzen Bänke und das habe ich noch gar nicht aufgestellt. Der guckt sich die Uhrzeit an und freut sich. Okay. Äh, warte mal. Das Schild muss auch nochmal. Irgendwo hin. Könnte man da hin machen, ja. Könnte hier schön drauf gucken. Freuen sich auch. Ich muss nochmal gucken bei den ganzen Saaten. Das sammelt keiner ein. Das muss nur ich machen. Und die haben ja auch keinen Lagerplatz. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Das bedeutet ja im Endeffekt, ich müsste immer... ...immer irgendwas einpflanzen, ne. Hm. Kartoffeln. Okay, da wächst was. Karotten. Ja, das haben wir noch nicht so richtig durchgeblickt. Das kriegen wir schon nach hinten. So, die sind jetzt hier alle... ...machen. Sehr schön. Das sieht ganz nett aus. Da hinten sitzt jemand. Oh. Da fehlen halt eben noch mehr Bänke. Oh, da ist Müll. Wieso ist da Müll? Und warum kommt da keiner? Muss ich selber den Müll aufnehmen. Die Mülle müsste ja aber eigentlich arbeiten, oder? Ich hoffe doch sehr. Das Wartungsbüro. Ja, hab ich keinen. Aber die ist unterwegs. Sie ist unterwegs. Okay, auf jeden Fall. Klappt das. Ah, ja, ja. Da kommt sie. Es sind halt sehr lange Wege. Das muss ich noch ein bisschen anders hinstellen, aber... ...und Angestellten mehr. Das wäre auch gut. Ah, ja. Jetzt müsste ich mich jetzt noch ein bisschen um die Häuser kümmern. Dass das so ein bisschen... ...anders wird. Okay, also. Das ist meine Grenze. Da kann ich nicht weiter bauen. Dann gibt es manchmal diese... ...diese Ausbuchtung hier, hätte ich bald gesagt. Die könnte ich mir aber zunutze machen. ...bauen. Ähm... ...bauen. Also, sagen wir mal... ...hier ist Wasser. Will ich da... ...direkt den Weg haben? Das ist erst mal nur... ...nur experimentell. Da muss ich ja mal gucken. Ob mir das gefällt. Hier geht es nicht weiter. Okay. Erste Blätter sind im Weg. Furchtbar. Furchtbar. So, mach weg den Graum. Sehr schön. Okay. Gut. Dann... ...mhm... 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 Mache ich jetzt die Häuser direkt dran? Oder lass ich den in so einen kleinen Garten oder sowas? Ich weiß noch nicht. Die müssen erst mal weg. ...ja, das muss ich leider auch wieder weg machen. Achso, die kann man ja auch hier raufstellen. Stimmt. Wo darf ich den mal hinstellen? Da hin. Okay. So, die kommen erst mal weg. Das entfernen wir erst mal alles. Okay. Das Skateboard steht auch im Weg. Das ist die Frage. Eine Brücke wäre richtig cool, ne? Vielleicht kommt sowas ja noch. Das wäre richtig gut, wa? Eine Brücke. So, kannst es ja einfach nur zumachen. Das ist ein bisschen, hm. Naja, es gefällt mir nicht. Also eine Brücke wäre gut. Ich mache es erst mal so, damit ich hier rüberkomme. Ich habe da gerade ein Stück Holz abgeworfen. So, das Skateboard muss mal weg. Hallo, ich will runter. Sehr gut. So, wo wird das Stück Holz hingeschmissen? Da. Das nehmen wir mal mit. Okay. Mh, bauen. Na, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, das hier zu nehmen. Aber dann muss ich noch schauen. Oh, die kosten ja richtig Geld, die Dinger. Das merke ich ja jetzt erst. Das schöne Geld. Na ja, kommt ja wieder rein. Ist ja nur Geld. Gut. Hm. Wie mache ich jetzt das? Einfach erst mal Grünfläche. Ah, hier könnte später noch eine Straße hinkommen, ja. Erst mal brauche ich nur ein bisschen Fläche. So, dann haben wir die ganzen Wasserflächen weg. Kann sein, dass ich später nochmal wieder mit rein mache. Aber jetzt ist erst mal, damit ich bauen kann. Gut. So, jetzt könnte ich die Häuser ja hinstellen. Jetzt die Frage, lasse ich denen so ein bisschen Luft vorne? Da ist wieder was im Weg. Ich könnte den kleinen Garten hinbauen. Oder direkt ran halt, ne? Direkt ran ist vielleicht, hm. Ein weg und dann irgendwas Neckisches vorne ran stellen. Was haben wir denn so Schönes? Na ja, das geht gar nicht. Wir müssen schon noch weiter weg. Dann darf ich wahrscheinlich irgendwas hinstellen. Ja. Oder ein Bäumchen oder so. Warte mal, das ist, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, habe ich eine kleine Idee. Entfernen. Nehmen wir ein Bäumchen. Und dann... Und dann... Dahin. Dann so ein Weg da ran. Könnte man machen. Ob man das bei jedem Haus... Bei jedem Haus da macht, muss ich mal sehen. Also da lassen wir noch was einfallen. Das ist noch nicht spruchreif. Aber ansonsten vielleicht schon ganz nett. So eine Promenade hier lang. Hier könnte man so einen Weg rein machen. Da könnte man so ein paar Sitzbänke, wie auch immer, für die machen. Ein paar Bäumchen, ne? Das ist so ein Nutzen, halt diese Fläche, diese Ausbuchtung. Mal sehen. Mal sehen. Ja, aber ansonsten soll es das mal gewesen sein, für diese Folge. Im Grund ist ich auf jeden Fall schon mal drin. Ob das reicht für alle Geschäfte, garantiert nicht. Dann werde ich nochmal später erweitern müssen. Muss ich mal gucken. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet. Verbesserungsvorschläge habt, wie ihr es vielleicht machen würdet. Ja, genau. Vor allen Dingen auch, wie ihr die Wege findet. Hier, Terracotta besser. Oder hier der dunkle Schiefer, was auch immer das sein soll. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ansonsten würde mich natürlich freuen... Da bleibt mir gleich die Stimme weg. Wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschauen würdet. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.